Bauen und Wohnen sind Themen mit vielen Facetten, die nicht leicht hin diskutiert werden können. Im Ahrtal kommt neben den allgemein schwierigen Rahmenbedingungen noch die Flut dazu. Bei der Podiumsdiskussion der Reihe Aufbruch A von Rheinzeitung und Radio RPA 1 sprachen die Moderatoren mit ihren Gästen über Förderprogramme, was gut läuft beim Wiederaufbau und wie neuartige Wohnprojekte aussehen könnten. Ich denke, es wird dem Fluss auf jeden Fall mehr Raum gegeben werden. Es wird nachhaltiger werden. Man sieht ja auch schon die ersten Ansätze mit den Wärmenetzen in Rech, in Marienthal, was in Danau jetzt auch noch auf dem Weg ist. Es gibt ja vor allem zwei Aspekte, nämlich einmal vor allem den Wiederaufbau. Das heißt, dasjenige, was durch das schlimme Ereignis der Flug geschädigt wurde, auch möglichst schnell wieder aufzubauen und in modernen Standard auch aufzubauen. Und zum anderen geht es natürlich auch darum, auch im Ahrtal bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, sodass man auch in künftigen Jahren hier ein sehr, sehr lebenswertes Umfeld vorfinden wird. Das muss man in verschiedenen Generationen sehen. Für die Menschen im Alter kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass sie in Gruppen zusammenleben werden, so dass auch für die Angehörigen es einfacher ist, sich gemeinsam um die Leute zu kümmern. Und auch für die Jugend kann ich mir sehr gut vorstellen, nur für die jüngeren Menschen, dass es dahingehend sich halt ändern wird, dass wir zum einen den sozialen Wohnungsbau voranbringen müssen, um das auch flankieren zu können, Menschen zu unterstützen zu können, die wenig Lebensglück haben. Aber auch für junge Familien, denke ich mal, wird es vielleicht auch eine Chance sein, durch den Wiederaufbau, durch den Neubau, sich dann hier auch besser zurechtzufinden. Weil wenn man den Wirtschaftsstandort Ahrtal und Bad Neuener-Ahrweiler wieder in Gang bringen will, muss man Fachkräfte und Mitarbeitende haben. Und die wollen künftig dort wohnen, wo sie arbeiten. Das heißt, gerade der geförderte Wohnungsbau wird ein besonderer Schwerpunkt sein. Und deshalb hoffe ich heute auf die Signale aus Mainz und Berlin, dass der geförderte Wohnungsbau weiter oder, und das wäre erforderlich, besser entwickelt wird, als er heute ist. Ich denke mal, dass wir durchaus mehr oder weiter Abstand vom Fluss halten werden. Auch gerade in Hinsicht auf Bildung neuer Wohngebiete wird mehr Vorsicht geboten sein, gehe ich davon aus, dass wir da nicht mehr zu nah an die Ahr heranrücken, sondern dass wir eher den Platz geben, den sie auch braucht. Naja, wir haben ja fast 9000 Gebäude verloren. Das heißt, wir werden natürlich schon andere Baukonstruktionen sehen, neuer, moderner, hoffentlich auch entsprechend klimaresilienter, mit neuen Baustoffen. Aber insgesamt, denke ich, werden wir einen moderneren Look bekommen. Und dann ist natürlich die Frage, wen ziehen wir weiter hier an ins Ahrtal? Wer wird weiter im Ahrtal leben? Und dementsprechend wird sich natürlich auch der Gebäude im Bestand orientieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.